So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber ist das, ne? Bei drei Pokémon-Projekten kommt man da irgendwann durcheinander. Äh, was trägt Jenny da für ein Item? Eine Bäre. Okay. Oh, sie kann Sternschauer, das ist auch schön. Äh, das nehm ich ihm aber mal weg, weil Bären brauch ich eigentlich noch. So, wir sind hinter dem Einheitstunnel. Und an dem Obstbaum waren wir anscheinend heute schon. Und das da ist der Wanderer Tom, den kenn ich noch viel zu gut aus Pokémon Silber. Das ist aber kein Gegner für Visenio, ich lass ihn jetzt trotzdem mal vorne, weil... Okay, den haben wir anscheinend schon besiegt. Dann lass ich mir mal die Nummer geben. Ist auch gut. Gut, dann können wir hier ja mal weitermachen. Es ist gefährlich, da rein, den Einzelnen zu gehen, deshalb steh ich hier wache. Bin ich nicht dein barmherziger Samariter? Ach, ein ganz netter Rocket Ripple bist du. Der Fleckmonbrunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gähn eines Fleckmonds Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Gähn eines Fleckmonds vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Könnte, glaube ich, auch Zufall gewesen sein, dass da einfach nur gerade ein Fleckmon gegähnt hat und... Und dann einfach mal zu regnen angefangen haben. Naja. Dann gehen wir dann erstmal ins Pokémon Center. Unser Visenio ist ja schon ein bisschen angeschlagen. Und dann geht's zu Kurt. Aber vorher hole ich mir da diese Aprikoko. Eine Aprikoko wie SS oder auch Weiß. Hallo Kurt. Hm, wer bist du? Gold, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du das Team Rocket? Egal, ich erzähl dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor drei Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Routen von Fleckmonds ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmonds. Haltet Kurt, ist auf dem Weg. Okay. Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Ja, dann geh ich jetzt auf. Dann fühlst du dich noch einsamer. Hahaha. Ich geh mal davon aus, dass wir noch genug Zeug im Beutel haben. Und selbst wenn nicht, ich brauch doch das Geld. Wir haben nicht mal 3000 zusammen. Das wird nie was mit dem 14.000, bist du Katja? Hallo Gold. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinem Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ach, mir ist nicht zu helfen. Gold, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Na super, du hast mich in die Sache reingeritten. Kannst du das auch zu Ende bringen? Alles muss man selber machen hier. Mist, ich stand da oben wache, als ein verrückter Vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier runtergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Bruder in dir aus. Ach, Generation 2 Rocket-Kampfmusik. Schon ewig nicht mehr gehört. Und er hat einen Radfratz. Das sieht doch nach einem würdigen Gegner für unseren kleinen Visenior aus. Uh, der macht dir mittlerweile Schaden. Gut, der Radfratz ist vier Level drunter. Und Radfratz ist jetzt nicht unbedingt so für seine Verteidigungswerte bekannt, aber Visenior ist umgekehrt genauso wenig für seinen Angriffswert bekannt. Ein weiteres Radfratz. Das können wir doch auch erledigen. Könnte das eventuell sogar schon für den Level-Up für Visenior reichen. Oh, okay. Haut mir der dann den Volltreffer rein. Das ist jetzt aber schon richtig knapp geworden mit dem Volltreffer hier. Natürlich reicht's nicht. Ach, heute ist nicht mein Tag. Ich habe jetzt aber keine Lust, zum Pokémon Center zurückzurennen. Da geben wir einfach einen Trank für ihn aus. Der erste weibliche Rocket Rüppel. Wir sollen aufhören, den Flecken und ihre Routen abzutrennen. Wir versuchen uns auch alle zu besiegen. Rocket Rüppel möchte kämpfen. Sie haben alle keinen Namen. Die sind so arm, die können sich nicht mal einen Namen leisten. Tja, so geht's einem, wenn man zu Team Rocket geht. Oh nein, nicht der Supersonic. Natürlich trifft er natürlich auch noch. Sind ja nur 55% Wahrscheinlichkeit, dass das trifft. Könnte man ja kaum meinen, dass das ihm irgendwann mal daneben gehen könnte. Oh, ich habe gerade vergessen zu erwähnen, dass sich Jenny ja auch entwickelt hat. Das ist mir jetzt schon aufgefallen, aber ich habe es schon irgendwie so für selbstverständlich gehalten, dass ich es irgendwie gar nicht erwähnt habe. Oh, da haben wir sogar einen Unnecessary Crit gemacht. Und Visenio hat Level 14 erreicht. Ja, gut, hat eine gute Spezialverteidigung, der Kleine. Oh Gott, bin ich froh, wenn sich der entwickelt hat. Ja, gegen einen Rettan können wir ihn schicken. Das hat ja, wir sind ja hier in Generation 2. Da hat das Biest noch keinen Bedroher. Da können wir schön mit physischen Attacken draufhauen, wo er seine Schwäche ist in der physischen Verteidigung. Ja, vor allem, wenn wir Volltreffer machen. Oh, jetzt hagelt es irgendwie Volltreffer, habe ich das Gefühl. Und 145 Erfahrungspunkte wieder für Visenio. Voll lautes Balk. Oh, da hat es doch mal ganz schön gut Kohle gegeben jetzt. Ein Supertrunk, sehr schön. Wir haben zwar, glaube ich, noch keinen Pokémon, das den brauchen könnte, oder? Und auch Rikki hat genug Kaffee. Und Jenny auch. Wenn Jenny noch einen Kaffee hat. Wir sollen aufhören, den Fleckmonter ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Rout von deinem Rocket ruiniert. Müsste ja nicht auf mich hören. Ich will ja nur sagen. Aber nur so ein gut gemeinter Vorschlag. Ich muss mich ja nicht gleich angreifen hier. Ich kann alles friedlich regeln können. Das Fassfass macht jetzt relativ wenig Schaden. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir einen Routenschlag mit drin, ne? Dass wir da gleich gar so viel Schaden gefressen haben. Habe ich da an der einen Stelle nicht wirklich aufgepasst. Aber ich meine, das erste Routenschlag hat uns einen Routenschlag gegeben. Da habe ich jedenfalls noch einen Zubart. Hey! Der Superschall ging daneben? Moment, ich muss mal ganz kurz mein Tagebuch rausholen. Ähm, der wievielte ist heute? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Muss ich jetzt mal direkt nachschauen. Ah ja, okay, Tagebuch. 5. Mai. Äh, der NPC hat mit Superschall daneben gehauen. So, das muss jetzt auch mal sein, weil sowas kommt nicht alle Tage vor. Oh, da kommt ein Blutsorger. Sofern das kein Volltreffer ist, sollte das nicht so wehtun. Äh, sei sad. Und da kommt der Ruckzuckieb auf Doom, der das Zubart ausknockt. Unser Visenia sweept hier wirklich durch. Und dafür hat er sich jetzt nochmal einen Trank verdient, würde ich sagen. Dann hat er jetzt auch wieder 28 KP. Ein Flaggpunkt mit abgetrennter Routen. Puh, es trägt einen Brief. Äh, ne, ich will jetzt keinen Brief lesen. Auch ein Flaggpunkt mit abgetrennter Routen. Und wären wir jetzt in Hartgold oder Solsilver, dann wäre das hier ein, äh, Rocketvorstand. Nämlich der Rocketvorstand Lance. Sind wir aber nicht, deswegen ist das hier nur ein normaler Rocket Ripple, der ein Smogon hat. Was mir jetzt gar nicht mal so gut gefällt, weil, äh, Smogon hat eine richtig, richtig böse Verteidigung. Deswegen werden wir hier jetzt mit physischen Attacken auch kaum Schaden machen, wollte ich gerade sagen. Äh, deswegen will ich das lieber mal Jenny machen lassen. Die hat nämlich eine spezielle Attacke mit ihrem Donnerschock. Also los, Donnerschock. Werden wir in der vierten Generation, wäre Sternenschauer auch eine spezielle Attacke. Wir sind hier aber in Generation 2 und da ist es eine normale Attacke und die ist wie alle anderen normalen Attacken physisch. Was, ich würde nicht vergiftet? Das überrascht mich jetzt aber auch ein bisschen. Oh, 171 Erfahrungspunkte, die wurden noch aufgezeilt. Oh. Für Jenny hat's gerade nicht mehr gereicht, schade. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Hey, wie sehen wir... Oh, der entwickelt sich schon mit der 15? Oi. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ich hatte ja noch nie eins. Wie geht das hier schnell? Ich bin jetzt nur noch von Generation 6 gewohnt, wo das ungefähr eine halbe Minute dauert. Ja, Team Rocket wurde vor drei Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir wieder für Unruhe sorgen. Weißt du so, Gold? Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht es auch schon besser. Lass uns gehen. Hi, Gold. Du hast dich im Ambrun wie ein wahrer Held genommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber bitte nimm es. Wir haben einen Köderball. Yay, der ist nutzlos. Sofern wir nicht angeln. Ich mache Bälle aus Aprikocos. Pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Plut Koko für mich? Schön, ich werde einen Ball draus machen. Ja, wir haben ja vorhin eine gepflückt. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Mach ich, mach ich. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin nicht so scharf auf Kurzbälle. Die sind meistens relativ nutzlos. Das einzig Gute an ihn ist, dass die kostenlos sind. Jetzt wollen wir jetzt aber trotzdem mal unser V-Senior, das heißt jetzt wirklich ein V-Senior, mal so genau ansehen. Und ja, da sehen wir jetzt schon einen etwas besseren Angriff und vor allem eine ziemlich gute Init. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr so stark auf den Ruckzuck hier angewiesen, werden wir aber trotzdem noch verwenden, weil es nach wie vor die stärkste Attacke von V-Senior ist. Die ist momentan hat, ähm, Moment, wie schaut's mit dem KP aus? Da ist das Biest nämlich normalerweise auch ganz gut. Uh, hat sogar mehr als Jenny. Dann darf Jenny jetzt sowieso mal nach vorne, weil die ist jetzt ja sowieso ganz, ganz kurz vor dem Level ab. Und mal schauen, ob ich die Käfer-Arena in meinem Part noch schaffe. Hi, vorerst du etwa den Leiter heraus? Hatte ich vor. Zwillinge Eva und Ute, und sie haben ein Weberrack. Ist auch ein schönes Pokémon. Und das ist vor allem das Gegenstück zu Ladybar. Wobei Weberrack und Ariadus allgemein etwas brauchbarer sind als ein Ladybar oder ein Levian. Muss ich mal so sagen. Also sie sind beide nicht sonderlich gut, aber mit dem Ariadus kann man wenigstens noch etwas mehr machen. Und da kommt auch schon wie angedroht ein Ladybar. Und da gehe ich mit Jenny raus, weil das kann unser Visenio jetzt mal machen. Der sich frisch entwickelt hat. Oh, schon wieder ein Superschall daneben gegangen. Moment, Tagebuch-Eintrag. 5. Mai-Ergänzung. Der Superschall ist zweimal hintereinander daneben gegangen. Zur Feier des Tages sollten wir heute ein Fest feiern. So. Okay. Jetzt darf Visenio da vorne auch weiterkämpfen. Der braucht die IP noch ein bisschen länger. Käfer-Pokémon sind cool und tough. Ich beweise es dir. Ich weiß, dass Käfer-Pokémon richtig gut sind. Ich spiele sie selber sehr, sehr gerne, aber nicht die, die du spielst. Wobei, gut. Ich habe ein Smetbo in meiner Box rumliegen. Allerdings ist meins mit wo wesentlich besser als dein Rau-Pi hier. Oh, aber das Rau-Pi gibt ganz schön viel IP dafür, dass es ein Rau-Pi ist und ein Horn-Liode. Ne, da möchte ich nicht wechseln. Also los, Ruck-Zuck-I. Er geht da durch wie Butter und sei wie Senior. Also, wieder nicht vergiftet. Trotz dieser 30 Millionen Prozent Chance. So, das war's mit Käfer-Sammler-Beiwag. Du hast bewiesen, wie tough du bist. Die Rockets vorhin haben mir mehr Geld gegeben als du. Und das war's mit Käfer-Sammler-Beiwag. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh, das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Jo, gilt zumindest für die meisten. Aber wenn ich da so an Igni-War denke, das sich da erst mit Level 59 oder so entwickelt, stimmt das nicht für alle Käfer-Pokémon. Oh, da gibt's schon einen One-Hit-KO mit dem Ruck-Zuck-I. Ein Kokuna hat er. Dann ist dein letztes bestimmt ein Bibor. Oder auch nicht, ich weiß, es gibt's gerade nicht mehr. Oh, dafür, dass das ein Kokuna war, hat das jetzt aber auch schon ganz schön viel abgezogen. Und in Kokuna gibt's auch ein gutes Stück mehr Erfahrungspunkte. Sollte es zumindest. Ja, ein Bibor hat er noch. Oh, das hat ja einen ganz schön großen Sprite. Die Bibor hat trotzdem eine relativ bescheidene Verteidigung. Zwei Treffer mit Furienschlag. Tja, da hast du gefehlt. Aber es ist trotzdem, glaube ich, das Beste, was du hättest machen können. Weil der Step-Gift-Stachel wäre da auch nicht so viel besser gewesen. Lieber, wenn es Werte-Link hätte. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Das Garaborn ist zwar da immer noch besser. Zumindest als Mega. Oh ja, da steigen die Werte wieder schön. Entwicklung allein ist nicht genug. Da hast du recht. Aber sie macht einen guten Teil aus, die Entwicklung. So, da haben wir auch noch einen Trainer im Eck stehen. Den lassen wir natürlich nicht weg. Du hast die Flaggmanns gerettet. Oh Mann, bist du stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Dann zeig mal her deine ausgewachsenen Pokémon. Ein Paras. So ausgewachsen ist das jetzt aber nicht. So, da gibt's erstmal einen Sternschauer. Zieht jetzt weniger ab, als ich gehofft hatte. Muss ich mal so dazu sagen. Aber Vati ist jetzt auch nicht unbedingt so gut im physischen Angriff. Der ist eher im Speziellen richtig gut. Da haben wir auch den Käfer-Sammler Ennowy siegt. Und der hat komische Laute von sich gegeben, als ob er gleich sterben würde. So, kurz vor dem Arena-Leiter gehen wir natürlich nochmal ins Pokémon-Center. Einmal wieder vollheilen, Schwester Joy. Und dann geht's zurück in die Arena. Mit Kai packe ich jetzt noch. Ich bin zwar schon knapp an die 20 Minuten, aber ich darf ja bis zu 25 machen. Also, mach ich das jetzt auch noch. Was schickt denn der am Anfang rein? Der hat, glaub ich, Safcon, Kokuna und Sichlor. Also, ich bin Kai. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Dann zeig mal, was du kannst, Kai. Ein Safcon, damit fängt dann Level 14. Sollte kein Problem für uns sein, wenn wir speziell angreifen, weil Safcon mit gerade mal 25 Spezialverteidigungsbasis hält dann nicht sonderlich viel aus. Jenny wird diese Arena wahrscheinlich sogar im Alleingang machen müssen, weil gegen Kokuna hat sie jedenfalls die besten Chancen. Und gegen Sichlor erst recht. Das wäre jetzt cool, wenn Kokuna vorher kommen würde, weil, ja, dann kriege ich nämlich noch einen Level ab, bevor das Sichlor kommt. Dann kriege ich das nämlich sogar ziemlich sicher kaputt. Und wenn wirklich muss halt Visenior mit seinem Ruckzuckhieb noch nachhelfen. Jenny wird auf jeden Fall ein, zwei Zornklingen aushalten, wenn ich sogar eine dritte. So ein Klingel ist hier sowieso noch so verdammt schlecht. Da fängt er hier mit Stärke 10 an. So. Da kommt sich... Oh, das ist ja sogar nur Level 16. Oh. Da lasert er mich erst mit seinem Silberblick. Ich will meine Deathschwächen. Da kommt er her. Da geht's sogar noch daneben, okay? Das wird einfacher als gedacht. Das würde er wahrscheinlich eh seinen Trank reinschmeißen. Oh, nee. Er macht sogar einen Ruckzuckhieb, okay. Oh, okay. Ich mach da nochmal einen Volltreffer. Hätte mich jetzt schon gewundert. Das sieht doch nie und immer so viel ab. Auch wenn ich einen Silberblick drin hab. Ich mein... Oh, 640 EP! Und Dönerwelle. Aber klar darfst du die lernen. Da darfst du den Heuler wegmachen. Hätte zwar auch den Tackle wegmachen können, wenn wir Sternenschauer haben, aber gut. Heuler braucht man wahrscheinlich auch nie. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Rund 1600 Poker-Dollar. Das lässt sich doch mal sehen. Den Insekten-Orden. Kennst du die Vorzüge des Insekten-Ordens? Durch ein Gehorchen der Pokémon bis Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. TM49 Zornklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird der Angriff. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Ja, nur dass er in der zweiten Generation noch bei extrem geringer Stärke anfängt. Die erste hat Stärke 10, dann Stärke 20, 40, 80, 160. Wenn sie zwischendurch einmal daneben geht, resettet sich das Ganze dafür allerdings hier noch nicht. Seit der fünften Generation fängt es bei Stärke 20 an. Und seit der sechsten haben wir sogar schon eine Startstärke von 40, womit die Attacke nicht mehr ganz so schlecht ist. Die Maximalstärke ist allerdings nach wie vor überall bei 160. So, das war aber genug Info für heute und genug Pokémon für diesen Part. Ich beende hier diesen Part und lasse beim nächsten Mal den Fliegi hier weitermachen. Der darf dann als nächstes den Rivalen Silber verknoppen. Jo, bis zur übernächsten Folge. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Jo, haut rein. Ciao.